Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von Fortnite. Aber wir spielen random Duos, das heißt, wir lassen uns immer unsere Teams ausfüllen und spielen mit Leuten, die wir nicht kennen. Es wird scheiße. Ich sage, ich bin aber richtig gut geworden in Fortnite sogar, ehrlich. Guckt jetzt hier vielleicht bei jemandem zu, der ernst einer der besten Fortnite-Spieler ist, von denen, die FIFA vorher gezockt haben. Guckt euch an, allein wie meine Maus hier ist, äh, wie meine Tastatur. Daran erkennt man E-Sportler-Chat. Soll ich, soll ich einfach so lieber streamen, Chat? Hahaha, E-Sportler-Chat. Leute, guckt bei dem E-Sportler zu. Wir spielen eine Runde so, damit ihr ein bisschen so mitbekommt, wie man spielen muss. Was geht ab? Oh, ich hielt es. Deutsch? Ja. Kannst du Deutsch sprechen? Yes. Okay. Wie heißt du? Kerem, du? Kellogs? Kerem. Kärr-Lyon? Kerem. Kerem, ach so. Du? Darf ich nicht sagen, meint meine Eltern. Wenn man springt vor einem Mond nach, kann man dann seinen Fallschirm nochmal ausdingsen? Nee. Nein? Nein. Sicher? Ja. Okay, du hattest recht. Ich hab aber noch einen Problem, alles gut, oder? Oha. Hau mal nach, Kudum. Ah. Ah, Digga, ich sag dir ehrlich, kann ich mit so schlechten Spielern spielen, sag dir ehrlich. Für die anderen, üb ein bisschen mehr. Digga, ihr habt gesehen, die Sportler, aber Digga, ich kann nicht mit so... Der hat nicht mehr geantwortet. Jetzt haben wir ein Fortnite-Creator-Code, Bro. Creator-Code haben mit Loco, merkt euch das schon mal. Hallo? Hallo? Wie heißt du? Ist auch gut. Ich heiße Nahel. Nahel? Ja. Haben so deine Eltern Namensgenerator benutzt für deinen Namen, oder? Ist das ein ehrlicher Name? Nee, ich glaub, Namensgenerator schon benutzt. Sehr schön. Wir haben ein paar Russki Panimaischen wieder gestreckt. Sehr schön. Boah, sehr schön, Alter. Fußball 1v1, okay? 2, 1, go. Boah. Scheiße. Ja. Ja. Anker da Messi, Anker da Messi, Anker da Messi. Schuss. Boah! Let's go. Wuhu. Wuhu. Okay, okay, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Kleiner Spaß, weiter geht's. Tschüss, genau. Schöne Leute. Digga. Wuhu. Der hat mich anders genommen. Ich hab noch was? Aha! Jetzt! Okay! Okay! Nein! Nein! Mann! Nein! Mann! Warum? Warum? Nein! Das war nicht extra, ehrlich! Es war doch noch so früh in der Runde! Alles gut, alles gut! Oh mein Gott! Ey, kannst du das nächste Mal, wenn das geht, Hamlet Loco als Creator Code benutzen? Ich mache jetzt Teams auf und ich tu noch einen Freund dazu und zwar Nein! Wir machen ein soziales Experiment jetzt, okay? Wir warten darauf, dass irgendwer Deutsch spricht in unserem Squad und dann sprichst du richtig kacke Deutsch und ich mach mich über dich lustig und wir gucken, wie er darauf reagiert. Macht er sich mit über dich lustig? Beschützt er dich? Versucht er dich zu verteidigen? Weißt du? Soziales Experiment! Let's go! Let's go! Hallo! Hallo! Kann wer Deutsch? Ja! Wie alt bist du? Drei! Drei Jahre alt! Wer hat dir dein Sch... Das ist nichts, Mann! Ach so, du hast mich richtig verhalten! Du bist ein Schottermann wie sechs! Was für sechs, Mann! Wie alt bist du denn? Elf! Ich bin, ich bin zwanzig Jahre alt! Bruder! Du bist zwanzig Jahre alt! Du kannst keine Deutsch! Okay? Sei mal ehrlich! Muckerem... Magst du Ausländer? Sei ehrlich! Ja! Ich bin selten Ausländer, Mann! Ach so! Woher kommst du? Drei! Kennst du die Marke Let'sch? Ne! Let'sch meiner Eier! Was glaubst du von der Schlimme her? Wie alt ich bin? Äh... Ich glaube... 18 oder 17? 16? Junge! 23? Ja! Als ob! Wie als ob? Drauf da, Jungs! Seine Kräger keine Shield! Keine Bombe! Ab ihn! Wow! Der hat mir dicke Sniper-Schutz gegeben von da oben! Ich hab fünf Leben! Du brauchst einen Sniper! Ah! Anderer Schuss ab und komm! Jetzt, 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 jetzt! Weg! Hä? Warum tut du nicht Reden? Hab ich doch gesagt! Ich meinte jetzt, 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 jetzt! Machst du? Mach! Sofort! Sehr schön! Sehr schön, Jungs! Gute Kommunikation aus! Sie gefallen! Er ist gefallen, um mich zu retten! Die haben Sniper, aber... Ja, jawoll! Scheiße! Warum nicht Reden? Warum redest du die ganze Zeit nicht, hä? Mukerrem? Es liegt an dir! Wegen dir haben wir grad verloren! Wir müssen jetzt einmal komplett ernst spielen! Fortnite OG! Rank Duo! Let's go! Willkommen bei Fortnite OG Duo! Leute! Creator Code! Das ist das erste Mal, dass ich, äh, Ding spiele, ne? Ranked! Das allererste Mal! Let's go! Jetzt wird ernst gespielt! Extrem wenig Wum! Aber ich... Ich hab etwas! Ich komm zu dir drüber! Mach das! Ich auch! Motto, das ist kein Bot, Digga! Komm jetzt! Digga! Das ist kein Stream Sniper! Aber der ist kurz zu schafften! Einer zu schafften! Einer zu schafften! Bruder! Bruder! Gutes Ranked! Gutes First Ranked Game, Bro! Da geht's! Ding, ich hab wohl in die Sniper, Bro! Bro, ich hab mal so Klatsch... Es ist so respektlos, Bro! Es ist so respektlos, Bro! Brunze 3, let's go! Rank enthüllt! Ey, Digga, wenn das kein Stream Sniper ist, ne? Dann weiß ich auch nicht... Bro, der ist aber ehrlich! Der ist aber ehrlich! Sniper! Hör mal auf in die Stream Sniper ein bisschen und geh ein bisschen hin und her! Ding, das ist ein Big Sound! Ding, das ist ein Big Sound! Ding, das ist ein Big Sound! Easy Ranked Game! Ohohohoh! Ding, das ist ein Big Sound! Wir falan schreien einen Big Sound! Gegner! Oh, mein... Was ist das?! Schmo! du Geier! Der hat mich, er ist los, er ist los, er ist los, ja ja nochmal Bombo, jawoll, schön Nile, schön Nile, Nile Braith, Nile Braith, jawoll, ja nicht, Nile Braithy, ich glaube ich geh direkt Medi, ich stehe mir direkt, I'm a Runner, I'm a Tracks, um ich in einem Guardian rufe so kleine Sox, Moral Braithy, wir werden damit letzten Schicksil in 99 harten. Wir werden hier piace, нет mashup, du hast ihn einfach so 거예요, Oh, mein Impuls! Oh, da ist sie. Oh, von wo, von wo? Pass auf! Von Seite! Er kommt mit dem Sniper rüber, er kommt mit dem Sniper rüber. Tschüss, Digga! Der eine ist runtergekommen. Ich werde ihn in 1v1 bieten. Er oder ich. Gefressen oder gefressen werden. Er ist hier, er ist hier, er ist hier! Oh! Er hat mich! Da, da, da ist er! Er hat sie stoppt! Oh, oh, oh! Nein, komm schon! Du hast das, Mann! Du hast das, nein! 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 Sorry, Lobo-Faktor! Scheiße! Das war zu 20 HP! Oh mein Gott, ich bin der schlechteste Fortnite-Spieler. Wegen dir haben wir verloren. Oh, tschuss.